Die Unterlidfältchen ist eine sehr sensible Region und viele unserer Patienten möchten hier diese Fältchen an dem Unterlid reduziert haben. Sie ist heute das erste Mal bei uns im Gegensatz zu vielen anderen Patienten, die wir hier regelmäßig mit Unterlidfältchen zeigen. Man sieht, wie sensibel diese Region ist und wie fein die Kanülen hier sein müssen. Natürlich sehen wir hier eine Makroaufnahme, das heißt, man sieht hier alles um, das den Faktor 4,5 vergrößert. In der Realität würde man hier das kaum sehen können, weil die Nadel gilt als Invisible Nadel, das heißt, die sind größer als 32 Gouch, damit kann man die kaum noch sehen mit dem Auge. Aber hier, das Ergebnis wird natürlich nach 10 Tagen erst richtig in seiner vollen Ausprägung sein, aber sie ist sofort gesellschaftsfähig.